Musikverein St. Leonhard tritt an in der Reisungsstufe D mit dem Arsch bei uns daheim. Stabler bei Musikverein St. Leonhard ist Thomas Urm, der Bemeister ist die Margit Prümenzhofer. Und der Musikverein St. Leonhard bittet darum, einen besonderen Blick auf Ihren Tag zu werfen. Die haben Sie nämlich erst im vergangenen Jahr neu angeschaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein aufmerksamer Beobacht ist mir dankbar, dass die Magitänderinnen an verschiedenen Plätzen aufgestellt werden, wie es möglich ist, dass immer eine Staffel übermarschieren, unter der hier bei Musikverein St. Leonhard und einer eigenen Reihe marschieren, hinter der Staffel. Musikverein St. Leonhard Durch das schräge Hochwalten des Stabes wird das Abfall in Dreherein eingelettet. Musik Musik Vielen Dank für die Defiliierung und herzlich willkommen im Drehgarten der Musikverein St. Leonhard. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Teilnahme der Musikverein St. Leonhard.